Er war ja ein Vater, von dem ich als Kind immer Angst gehabt habe, irrsinnige Angst. So hat sich erst wirklich im Alter nach 30 oder wahrscheinlich, wo ich eigene Kinder hatte, gelegt, diese Angst vor ihm. Wann musst du weg? Nein, wir haben noch eine Stunde Zeit. Nein, aber wir müssen ja noch in den Park gehen. Wie stehst du auf dem? Bitte. Ich kann nicht mehr spazieren, das habe ich dir dreimal erklärt. Ja, aber wir gehen ja nur fünf Meter, zehn Meter. Und das ich nie in der Natur jetzt machen würde, soll ich da vorführen, vorführen. Das geht mir am Weg. Ich will einen Film über dich machen, quasi als Tochter über einen Vater. Es ist ein bisschen ein Abenteuer, was daraus wird. Ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt, weil etwas Fremdes das geht. Aber in der Familie, das kann ich mir kaum vorstellen, wie man das schafft. Aber bitte. Ganz genau. Bin gespannt auf dein Werk. Genau. Was heißt es für dich, an Schwarzenberg zu sein? Man ist nicht dazu da, um glücklich zu sein. Nein? Nein. Wozu ist man da? Ich glaube, es gibt Menschen, mit denen er schon eine intime Beziehung hat, wo er sich vollkommen wohl fühlt. Aber gehörst du dazu? Nein. Aber wenn Sie das gut fern, was wissen, was genau das ist. So, Ihr, wenn Sie dann hier aufpassen. Ja, dann schon die Beziehung. Ich bin ganz offen. Da war es in die Zeit. Ein Mann, Sie werden nach Hause. Ich bin ganz offen. Ein Mann, ich bin ganz offen. Ich bin sehr offen. Ich bin ganz offen. Ein Mann. Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020